Im Jahre 2009 haben wir ein Set bekommen, was bis heute glaube ich legendär ist, was damals auch absolut legendär war und was natürlich zu einer Zeit herausgekommen ist, als bei Lego, wie viele sagen würden, noch alles in Ordnung war. Es gab Piraten, es gab natürlich Ritter, Western und Adventurers waren leider lange schon weg, aber nichtsdestotrotz der mittelalterliche Marktplatz. Ein Set, was wirklich bei vielen Fans für Hype immer noch sorgt, wenn man darüber redet und im Jahre 2024 haben wir es tatsächlich hinbekommen oder hat Legos hinbekommen, ein Remake davon zu machen, nämlich den Medieval Town Square. Für mich ist das natürlich ein wunderbares Set, weil ich halt diese klassischen Themen alle super finde, weil ich Ritter, Piraten, Western, Adventurers, das sind so die großen vier Themen von damals, die auch viel an dem Erfolg von Lego zu tun haben. Deswegen ist das eine coole Sache, es ist aber kein 1 zu 1 Remake. Wir schauen uns die Bilder gleich an, ich werde euch natürlich meine Meinung sagen, irgendwelche Anspielungen, die ich sehe, werde ich natürlich auch erwähnen. Und ihr solltet mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Set haltet. Es ist natürlich ein Icon-Set, es gibt keine richtige Reihe mehr im Sinne von Castle oder sonst was, aber das ist auch nicht schlimm. Es ist auch ein höherpreisiges Set mit 220 Euro und da muss man natürlich dann auch zu sagen, dass das von der Sache her für mich persönlich okay ist. Wir sind jetzt mittlerweile in einem Punkt angekommen, wo irgendwie gefühlt alle zwei Monate ein 400-500 Euro-Set rauskommt. Das haben wir nicht. Wir haben hier sehr viele schöne Figuren dabei. Wir haben leider keinen Drachenritter dabei, das ist so vielleicht mein Makel, wo ich sage, okay, das wäre noch schön gewesen oder ein Drachenschild oder so. Es sind aber auf jeden Fall ein paar sehr schöne Figuren dabei, die vor allen Dingen für so ein normales Stadtleben irgendwie auch gut in Frage kommen. Für mich persönlich glaube ich das Highlight, viele werden jetzt denken, ja die Ziege, die Ziege ist auch super, da komme ich gleich dann noch zu, ist aber hier der Steuereintreiber. Ich finde das Design von dem ist wirklich sehr gut gelungen, ist ein fieser Typ und wir haben aber auch ein Wolfpack mit dabei. Wer den nicht kennt, Wolfpack ist damals auch eine Castle-Serie, die relativ klein war. Und ja, natürlich die Ziege ist auch cool in einer anderen Farbe. Wir haben sie ja jetzt in der Minifiguren-Serie in weiß bekommen und hier in grau, finde ich aber auch eine super Sache. Und ein Löwenritter. Das Design von dem Marktplatz oder von dem Markt allgemein ist so ein bisschen tatsächlich angelehnt an das Design der Burg. Das sieht man vielleicht an dem Wachtturm hier ganz gut. Es passt auf jeden Fall perfekt dazu. Es ist natürlich ein bisschen kleiner als die Burg. Aber natürlich kann so ein Marktplatz innerhalb einer Burg sein oder vor einer Burg sein. Das kann man sich dann natürlich selber überlegen. Wir haben hier natürlich sehr viel Detailreichtum im Innenraum. Wir haben, was ich ziemlich cool finde, eine Dame, die natürlich die Schilder alle anmalt von den Rittern. Die müssen da irgendwie bemalt werden. Wir haben einen sehr, sehr coolen Wandteppich, der natürlich die klassische 375, die gelbe Ritterburg, zeigt. Und wir haben generell so dieses, ja, ich weiß immer nicht, wie ich das sagen soll, dieses gemütliche Gefühl, wenn man ein Lego-Set anguckt, wenn man vielleicht auch diese klassischen Themen rein mag und wenn man, ja, natürlich generell auch Ritter mag. Für mich, dato, was ich bis dato, was ich jetzt von den Bildern hier gesehen habe und sehen konnte, ist das wirklich ein sehr, sehr gelungenes Set. Es gibt sicherlich einige Kritikpunkte, die man daran äußern kann. Zum Beispiel sind es sehr viele Sticker, die dabei sind. Es sind aber halt auch wirklich spezielle Teile, wo man sagen muss, okay, das ist jetzt alles als Vorteile rauszubringen. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich realistisch wäre, das von Lego zu denken. Es sind vielleicht ein paar Figuren zu wenig. Man hätte noch ein, zwei Figuren mehr reinpacken können. Viele sagen auch, es sind ein paar Tiere zu wenig. Aber ich sage ganz ehrlich, für mich passt das so. Vor allen Dingen freut es mich, dass es so ein Set ist, was eher so auf Richtung Eldorado Fortress ist vom Preis her. Dass man da nicht wieder, weiß ich nicht, einen Kredit aufnehmen muss. Dass es vielleicht auch ein bisschen mehr zugänglich ist zu den Leuten. Und das Schöne an diesen Sets finde ich, auch wenn es Icon-Sets sind, auch wenn es natürlich Sets sind, die hauptsächlich irgendwie Display-Modelle sind. Man kann auch damit spielen. Also wenn man irgendwie selber Bock drauf hat, das Set zu kaufen und da jetzt nicht irgendwie hypersensibel ist, wenn die Kinder da irgendwas auseinanderbauen oder irgendwas kaputt machen, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Set, wo auch Kinder sehr viel Spaß dran haben können. Das waren so meine Einblicke. Ich freue mich natürlich, wenn die ersten Reviews dazu rauskommen. Gerade auf das Review von Jonas freue ich mich natürlich schon sehr, weil es gibt meiner Meinung nach relativ wenig Leute. Und da fasse ich mal das ganze Internet so zusammen, die so viel Arbeit und Mühe daran stecken, ein Review zu geliebten Themenwelten zu machen. Da kann ich nochmal drauf verweisen, bei Zusammengebaut, falls ihr da Bock drauf habt, wer es natürlich noch nicht weiß. Das heißt, Jonas Heyer, der wird da wahrscheinlich das Review dazu machen und da können wir uns, glaube ich, dann schon freuen und werden auch alle Geschichten, die erzählt werden, dazu irgendwie mitbekommen. Deswegen, ich freue mich über das Set. Es wird jetzt wahrscheinlich trotzdem kein Set sein, was ich mir jetzt sofort kaufen werde, aber das hat halt andere Gründe, nicht weil ich das Set nicht cool finde oder so. Ich werde da auf jeden Fall dann vielleicht in ein paar Monaten dann nochmal drüber gucken und sagen, okay, jetzt ist es soweit. Aber ja, was haltet ihr davon? Wird das ein Set für euch sein, was ihr euch sofort kaufen werdet? Ist vielleicht parallel mit dem Bricklink-Designer-Programm gerade eh was, wo ihr sehr viel Geld ausgibt und macht das dann nicht? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Habt noch einen schönen Tag und bis bald.